jetzt bist du bereit warum denn ist gleich so so weiter geht's heute mit watchdogs und wir machen heute das was wir eigentlich in der letzten folge schon machen wollten sorry ich musste schon so das heißt ich muss jetzt mal gucken dass ich jetzt wieder vor den kopf fliegen kann das kenne ich ja geradezu genüge ich habe mich gerade jetzt die perspektive aufgenommen und da war auch eine dinge dabei wo wir vor die kopf gejagt wurden eine situation und gut dann sind die schon los über die schon los und wir fahren jetzt zudem ich habe gar nichts gemacht ich bin auch hindurch gefahren scheiße ich wollte eigentlich zu dem punkt jetzt aber die kommt jetzt gerade ein bisschen weg halten hochschuldigung halt da da habe ich jetzt nicht gesagt er ist zu gerade okay das heißt wir nehmen das wurde wieder auf das geht überhaupt das war noch nicht mal mit absichtlich ich dachte ja das kriegst du schon wie durchgefahren okay egal wenn man heute mal eine mission und wir sollen ja uns wegen unserem rekrut ein bisschen beschäftigen weil den will ich ja noch unbedingt haben so spieler ist irgendwo in der gegend und aus dem zu schließen wie sowas normalerweise läuft in lebensgefahr gehe ich nicht zu ihm ich habe mich da jetzt nicht rein oder was gut guter plan muss ich dann hoch ich glaube eine kamera wo ich mal rein kann ich aber nicht ja na ich komme schon an euch rein keine sorge seid einmal nicht so sicher dass es nicht irgendwie passt kann nur gucken wie ich da reinkomme jetzt ich gucke mir das jetzt mal nur ein bisschen genauer an ja jetzt geht's mehr langsamer so tot tust du nicht ich warte nur drauf tot so ich muss jetzt gerade gucken wo ich da rein wo ich da jetzt reinkomme also wir gucken dass wir mal den Technikpunkt vielleicht da mitnehmen können ja hier ist er den nehmen wir mit so wir gucken wo wir da lang müssen da oben ok die Drohne nehmen wir mit bis vor sie irgendwie Ärger macht da ist glaube ich der oder einer der hol ihn raus warte mal das sind die Geise der zielpersonen verstanden ich sehe die waffe ende mein gott die frage so müssen jetzt der wissende tippe wir kommen zum gebiet ok dann hauen wir mal ab zentrale ich habe die zielpersonen verloren ja ja gut gemacht wir sollten lieber mal nachsehen so spricht mit steven machen wir doch sind ja und ich werde gucken da steht er doch schön alles ok was hättest du nicht tun brauchen ich wollte gerade die falle zuschnappen lassen ok ja es lief nicht so gut aber ich war so sicher dass der plan funktioniert was meinst du ich habe mit absichtsschulden angehäuft damit sie mich mitnehmen und naja ich wollte sie mit einem krypto stehlenden virus infizieren aber die typen waren sowas von mies und super gewalttätig nach was man das hilft nicht aber weißt du was helfen würde wenn du den virus für mich hoch lädst du kriegst auch was ab sagt nichts ich bin schon dran er hat wirklich unternehmergeist aber risikoscheu ist er nicht gerade der könnte hilfe gebrauchen vielleicht steigt er dann sogar bei uns ein ich habe einen kelly lieutenant gefunden der schon seit der schule für alles dasselbe passwort benutzt wäre ein gutes ziel für den krypto virus ich schicke dir seine daten so lade den virus bei klein kelly hoch ok ich brauche natürlich mal ein auto so dann nehmen wir das ding hier damit war stellvertretende ab kommen können so so ja sie fällt hier aber auch so schwammig das ziel für den krypto diebstahl ist hier irgendwo ja verstanden also muss es warte mal ich muss gerade gucken ich habe mich hier rein ok na dann kommen wir uns mal zu fuß gucken wir uns zu fuß um achten 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 gut ums ecke weg geholt ja okay So, ein Bauer. Einer ist noch hier irgendwo. Einer ist noch hier irgendwo. Die Frage ist nicht. Er ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo. Okay. War schon tot. So, tot. Gut, dann haben wir Ruhe. Immer mit. So, und jetzt habe ich... Komm ich hier nicht hoch oder so? Muss ich jetzt hier hoch oder so? Ich bleib mal das doch. Da müssen wir schon mal rein. Ich will aber diesen Technik-Punkt. Shalom. Auf Dach oder so. Oh, fuck. Wir müssen zurück. Ich muss gerade gucken, wie ich da hochkomme. Aber schau mal, da hinten ist eine Treppe. Genau. Machen wir das doch. Nehmen wir doch mit. Hier ist die Treppe. Da ist eine Munitionskiste. Das ist er. Mach dich bereit für den Virus-Upload. Feuer, Traumload. Lagen wir den Pisser hoch. Hilfe. Nein. Kaputt. So. Lade Kiefer runter. Lade Kiefer runter. Lade Kiefer runter. Lade Kiefer runter. mal kurz hoch. Upload abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Ach, was? Das Ding nehme ich hier noch mit. Und dann mache ich mich auf nach Hause. Oder beziehungsweise erstmal weg. Erstmal in Sicherheit. Virusinstallation abgeschlossen. Da wird er sich bestimmt echt freuen. Wir sollten ihm die gute Nachricht stecken. Jo, ich habe mich drum gekümmert. Und ob. Ich sitze hier mit einem Gläschen und sehe zu, wie mein Virus ihre Konten leert. Ist ziemlich gut gelaufen. Das sollten wir wiederholen. Warum trittst du nicht der Zag bei? Du willst es doch. Ach, scheiß drauf. Okay. Jawohl, Rekruzierung abgeschlossen. Stefan Divaccaran gehört uns. Gut. Das ist wunderbar. Rekrutiert. Gucken wir mal gerade, was das Feiner ist. Überhaupt. Der ist volle Mann, das Gewehr. Uh. Die Verfügung. Gut. Dann würde ich es auch nochmal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit der nächsten Mission. Dieu. Kuss. Ich versuche. Kannst du nicht. Ich versuche ihn. Schraube. Ich versuche. Vielen Dank.